Ja! Ich auch nicht, weil wir voll sind. Ah ne, doch nicht. Okay, ich bin jetzt voll. Dann nehmen wir doch direkt mal die Granatenwerfer, okay. Ja! 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 Ich versuche es hier einfach nur wegzuschneiden, weil das geht grad ziemlich gut. Wir können hier rein, wir können in die Tür, ne? Ich bin jetzt einfach mal in die Tür gegangen. Ja! 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 Sie fallen einfach aus dem Nichts. Hier ist noch ein Munitionspack. Und jetzt hier hab ich einen Fakker. Wir können hier fahren. Da wartet noch ein Schwein. Guckt es um die Ecke, ja? Oh, ich sehe. Oh, mal wieder die Knarche. Alles. Alter, ich werde doch einfach mal weniger. Oh, klar, ich werde doch nicht mehr liegen. Oh, ich sehe. Oh, ich sehe. Ja, ich habe es geschafft. Killt euch gegenseitig, dann hab ich nicht das Problem. So ist das auch richtig, geheimen Telepötter zum Kürbisfelzdeck, ey, ey, muss meine Auszeit, komm mal hier rein. Was bist du? Guck dir das an! Guck dir das an! Guck dir das an! Ich fühl mich so von klein dicht versehen. Beine dir sind noch viel schwieriger zu treffen. Alter! Dabei werde ich irre! Hm? Dann rennen am besten gleich... Ja sicher! Alter! Ja... Und... Dann kommen die wieder von hinten. Ah! Den Kleid war die Luftiger, ja. Und da kommen schon wieder diese Clerks. Ja... Aaaaah! Tah so! Tja! Ja... Tag! Tja! Holen! Joa! Mehr! Gib mir mehr Monster! Ja, überall her! Keine... Ja, ja, ich auch. Ach, guck mal! Ach, du bist so großartig! Das war meine letzte Rakete! Na gut, die habe ich nicht. Ja, aber ich sterbe ja auch immer wieder. Ja, ich glaube das ist hier... Ich werde auch einfach nicht... Da sind auch noch solche... ...blöden... ...pussen dazu. ... 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